Und schon wieder Crewmates, das kann doch nicht sein. Schon wieder Crewmates. Ich würde nicht mehr in Poster. Ich kann das nicht mehr üben. Mit dem Poster Strähne ist ausgelaufen. Was? Strähne ausgelaufen? Was zum Hangarzwägi? Adfix. Ich sterbe wieder als Erstes. Oder werde ich beschuldigt, dass der Imposter mann. Läuft ja mal so. Die Letzte habe ich gewonnen. Nein, gewonnen. Doch, irgendwie schon. Aber ja. Irgendwie schon. Die Task muss ich auch mal moden. Mal gucken, ob ich die hinkriege. Die Notes, Dings, Dings. Da muss man was Lustiges hinschreiben. Bing und Batz und Bonk. Jetzt habe ich mich natürlich wieder SAS gemacht, indem ich da auf und ab gelaufen bin. Orientierungsprobleme, wie immer. So. Jo. Er suche. Ah. Gefällt sich auch gerade SAS. So. Ab in Office. Da bin Lucy. Und hi Lenny. Da habe ich meinen Task. Bei dem Gerät. Vitals. Zu Webins muss ich rüber. Auf geht's zu Webins, zu Webins, zu Webins, zu Webins. Und die Tür ist verschlossen. Und Lenny hat mich gekillt. Als ob. Ähm. Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Braun ist richtig frisch. Okay. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Danke. Asura hat, äh, hat gar nicht vor Webins Zweige mitgenommen. Soll ich was sagen? Ja, hat mich dann zu spät, hat mich dann zu spät gesehen. Nee, was war denn das? Äh. Hat dann versucht zu reporten, aber ich hab reporten. Kolia war nämlich tot. Ich hab's gesehen. Ich wollte Kolia grad sehen. Ja, ja. Das war jetzt gerade vor meiner Nase. Asura. Darf ich ganz kurz was anwählen? Nein, nein. 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 Das ist aber keine Common Task. Das ist aber keine Common Task. Das ist wirklich keine Common Task. Das macht keinen Sinn. Äh, vor Weapons quasi, in der Tür. Ich wollte grad aufmachen. Ähm, ich denke, dass Kolia da drin ist. Ähm, wahrscheinlich hat er gerade verhindern wollen, dass Zwerge immer die Leiche findet, um noch ein bisschen mehr Zeit zu schinden. Ähm. Er hat genau, äh, die, die Leiche war genau vor der Tür in Weapons. Vor der Tür. Er hat die genau zogen. Okay. Genau. Und, äh. Ja, Zwerge, hast du gerade vor mir umgebracht. Ich hab keine Ahnung, wo, äh, Kolia ist, aber... Das warst du im Handy. Ich hab ein paar, äh, Türen zu und, äh... Eis kalt. Das Messer in den Rücken rein hat er mir doch. Das ist... Ich hab von ihm in Office, hab ich nicht von ihm getrennt. Da hab ich... Ah, wer war denn da? Von Lenny doch nicht. Von Sky hätte ich es erwartet. Von Lenny nicht. Lenny! Ich stand genau auf Lucy. Meine Frisse! Du hast links rüber gelaufen. Geht das jetzt wieder los? Dann sind die Leits wieder angegangen und du hast dann genau vor mir gekillt. Ich hab noch gesehen, wie die Leiche umgekehrt ist. Ja, komm, Asura. Komm, komm. Jeder hat dich die... Jeder hat dich voll mit Zwerge die ganze Zeit umherlaufen sehen. Zwerge wollte wahrscheinlich jetzt gerade eben das Ding jetzt aufmachen. Als ob ich mein Alibi einfach kille. Es macht auch gar keinen Sinn. Gleich sofort zusammen. Ja, weiß ich ja nicht, warum du es machst. Vielleicht warst du ja auch aus Versehen. Keine Ahnung. Vielleicht hast du ja auch aus Versehen gekillt und hast es jetzt halt versucht, dann mir jetzt in die Schuhe zu schieben, weil ich da jetzt stand. Also, wenn ihr nicht gebotet, dann bitte behaltet Lenny im Auge. Das... Ach, Leute, bitte, 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 bitte. Tut mir den gefallen. Oh, Freunde. Was? Lenny? Okay. Danke. Wenigstens unentschieden. Wir haben beide... Lenny wurde gebotet. Danke. Gerechtigkeit. Alles up. Kackendreist. Kackendreist. Es ist wirklich... Lenny, der meine Leitgeschichte kennt hier. Da nur, da geht es auf Zwerge. Was ist los, Lenny? Und jetzt... 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 Jetzt werde ich von dir verraten. Das ist jetzt hier... Also, ob das was ist... Wir waren mal Freunde. Hier in Among Us zumindest. Du wolltest mich beschützen. Du hast Mitleid mit mir. Weil ich immer als Erstes gestorben bin. Du warst mein Beschützer. Mein... Zugang Igain... Ich bin auch... Solcher. Das ist... Es ist skandalös. Was ist aus dem... Was ist aus dem... .. Was ist aus dem alten Lenny geboren? es ist wer bist du und was hast du mit lenny gemacht das ist es ist ich bin hier wirklich vertrauen zu brüche das ist hier das muss man wirklich sagen das ist ja da geht was massiv zu brüche was wirklich das ist also also von lenny habe ich das wirklich nicht erwartet das ist ja von jedem anderen von charlie sowieso mit dem durch den dem oder der treu ist wieso nicht der schwarz wenn ich ja schwarz bei amongas schwarz und rot bei amongas hat man einfach angst vor jetzt beobachte ich dich wohl wo ich meine tasks erledigt habe habe dann einmal die coole animation gesehen ich wusste dass die leiche im lab liegt weil ich habe weitest geguckt da stand eric vor der hat sich kein stück bewegt als retro tot war dann bin ich einmal admin panel abgeguckt die leiche war oben da war ein punkt oben in laboratory habe ich mir gedacht ja okay da liegt wahrscheinlich die leiche benennen gelaufen ich wollte gerade suchen ich war nämlich gerade auch bei den lifelines und habe auch gesehen ja und eric stand da gefühlt zehn sekunden lang an den lifelines und hat nicht und er hat nicht mal nach der leiche gesucht aber den also als uhr und eric aber die sind das ist so geil ja also i don't know wie weit seid ihr mit euren task ich muss ich habe noch zwei drei stück aber das schaffen wir das schaffen wir nicht dann müssen wir wohnen also wie gesagt ich habe also gerade eben kilden sehen für mich ist derzeit für mich ist es halt nach schluss so ein zeit natürlich jetzt einigermaßen eindeutig sein was wir jetzt machen weil ich war jetzt gerade eben es ging doch uns jahren storage noch noch zum schluss und hab lights gefixt hat mich eric auch gesehen dass ich der erste war der da der da lights gefixt hat nein 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 ich bin jetzt die ganze zeit kein einziges mal imposter geworden sag ich jetzt so und ja dann tut es mir leid aber dann war das jetzt halt der verkackte run leute bitte oh leute lenni danke warum nicht so sass wenn du mich eiskeit von hinten ermordet hast gerechtigkeit gerechtigkeit was ist denn mit euch und tot ist endlich ist er aus gerechtigkeit gerechtigkeit es galt hat er nicht getötet echt es ist ständig als erster es ist anzeige es raus als ob als ob mich lenny als erster tötet ich bin ja ich hatte nur kein bock es ist du warst du warst ja wenn du warst mein beschützer du warst mich du hast mich beschützt du warst du kennst du kennst kennst du kennst meine leidensgeschichte von von der anarky tales of swagi wo ich immer als erster gestorben bin und jetzt auf einmal das ist für dich da drin als erstes da tötet lenni mich als erstes von jedem anderen von sky erwarte ich es von sky hätte ich es erwartet von von elfen die schaden mittlerweile auch oder von jedem anderen hätte es erwartet aber von lenni lenni mich als erstes gedürtet das ist doch skandalös ich konnte zwei kids auf einmal machen ich habe das war ein schönes wirklich wirklich gut ich war ich war in der zweiten runde einfach zu zarkhaft weil ich einfach mich darauf stützen wollte mir noch ein paar alibis einzuholen dass dann später in der nächsten runde den ins gewartet wird ich habe wir hätten das ding wahrscheinlich eigentlich holen können wenn ich mehr kills gemacht hätte aber das hat sich bei mir aufgehängt ich habe hier schwarzen bildschirm jetzt habe ich dir erklären warum ich halt auf lenni kam mit unter abonniere mich als erstes